Ali Hallo zu einem Segen oder Fluch Video nach doch schon sehr lange Zeit kann ich nur sagen mein letztes Video war glaube ich vor rund einem Monat oder so aber jetzt gibt es wieder etwas und zwar Segen oder Fluch heutige zum Thema so ein bisschen auf den letzten Drücker Segen oder Fluch das mache ich auch eigentlich immer nur so wenn das hier wirklich dann auch da ist und jetzt hier geht es um den Inter Stallmeister Express Segen oder Fluch warum letzte Drücke weil er mehr hatte ich geht jetzt hier und bei mir um den sind nur noch eine Stunde heute in dem Fall fährt er hier wieder weg und ich wollte das abwarten unbedingt auch was ich dann bekommen dass ich den jahre sagen kann was ich davon auch in der Welt halte deswegen muss ich das abwarten das habe ich gestern abgeerntet meine Ehrenze von den Stallmeister Inter Stallmeistern wie es heißt oder sagen die ganze Express wir es auch immer nennen will sich da bekommen habe und natürlich auch eine Realität der Video das findet beides in der Infobox Videobeschreibung verlinkt also kommen wir nun endlich auch zum Thema ganz kurz in der Stallmeister aktuell ist es eben Stand der Dinge mal gucken was das nächste Mal dabei ist ich denke da wird das nächste Mal vielleicht was anderes dabei sein aber jetzt eben hat er meine Möglichkeit bei diesem Zug hier in der Stallmeister Express wer es kennt von Intersetzungen ist das komplette gleiche Spiel hier eben Stelle in Gegenwert reinschmeißen und eben gute Sachen bekommen Riesenstelle hieß es diesmal und zwar Schwein Pferd und auch von hier kann es auch noch mal zeigen von der Ziege Schwein Pferd Ziger aber es zählt dass ich das auch in den Maßen Finder und der Riesen ist hoffentlich in vertreten und er gut und was bringen diese und da werden wir ihm schon siegen oder flug ist es gut oder ist das schlecht die haben wir diese Schweine Stelle was ich denn etwas zu bekommen habe bis dort habe ich sie zu ihm so aus dem Meer man kann allerdings nicht nur die bekommen man kann auch Rente Stahl Käsik Plus Plus beispielsweise bekommen der habe ich immer gedacht hat was das ist ja so gut ist oder auch Classic Plus und natürlich die ganzen Orangen Abgräts beziehungsweise Classic Plus bei den anderen wo sie noch nichts gibt wie beispielsweise Biber gut also ist es jetzt gut oder ist das alles schlecht grundsätzlich muss ich sagen ich bin schon mal eine sehr gute Idee dass es sowas überhaupt gibt wo man eben stelle die man möglicherweise nicht wirklich braucht loswerden kann wie man sagt nein ich hab 15.420 Fledermasöl brauchte nicht nicht so viele werdet keine haben aber wenn man einfach viele Sachen hat stelle die man eben nicht braucht dann kann man sie hier eben loswerden und andere dafür bekommen gute dafür bekommen was nah am jeden das seine ist natürlich ob es tut oder nicht und was natürlich auch sehr sehr gut ist auch ein großer toller Aspekte an der ganzen Sache ist natürlich es ist völlig kostenlos also es kostet nicht 10 tg oder es kostet nicht 5 tg ein manche den Zug abfern lassen sondern das könnt ihr so oft tun für kein Geld aus ihr kauft euch hier das kann man auch die die könnte die auch hier kaufen wenn ihr eben keine stelle du so habt aber meistens ist dann wahrscheinlich auch in Zukunft so wenn der Zug ist es wird ist der übers Wochenende jeder ist an gigante Express und dann ist auch ein normales Stahlmeister wohl Stahlmeister kaufen könnten also das hat zum Rhein schon ist wenn es nicht gehabt also da haben die nicht eigentlich mal sehr so gut einerseits beginnen wir mit dem guten Seiten gut ist die findet es ist kostenlos man kann sich stalle stellen loswerden die man vielleicht nicht braucht und bekommt damit andere die man vielleicht braucht wie beispielsweise ich auch einfach mal irgendwelche Fledermasöl rein und bekommt dafür mit dem T-Stahlklässig Plus Plus ist natürlich sehr so gut ist von daher daumen hoch dafür das finde ich sehr gut was vielleicht um auch definitiv mit der kommen bei mir bei den guten Sachen eins auch noch dazu gesagt ist gerne Tipp ihr müsst ihr nicht also wenn ihr jetzt hier nicht unbedingt hier lauter oder Inventar sowie für die bei mir beispielsweise wenn ich das mal so sagen darf mit ein paar Tierchen überfüllt seid ihr müsst ihr nicht unbedingt ihren Sonderstahl reinschmeißen braucht ihr gar nicht wenn ihr beispielsweise auch Bahama Rama habt ja oder andere auch ist geht sich sonst glaube ich ein bisschen schwer sind gewisses Level müsste natürlich schon als nur Hühnerstelle reichen hier nicht zum reinschmeißen aber da kommen auch beispielsweise mit 21.000 hier mit fünf Affengehegen und aufgeben 18.000 Plus ein Faulte Gege danke Ozi für den Tipp dafür sind 21.000 Muspen und damit kann man schon die kleine Fracht hier kaufen weil es geht sich dann vom Gegenwert hier dann schon aus 250 also von daher man muss er nicht unbedingt ihren anderen Schall wenn man sagt ich will die andere aber nicht loswerden die mich trotzdem haben der könnte beispielsweise einfach darum ein bisschen Muspen gehabt kaufen und dann rein damit und dann was das auch schon wieder so das sind die auch gut hier das kann er sagt dass ich nicht so hier auch noch mal der Beweis und jetzt muss ich nur noch ein Faulte Gegehege finden hier ist es das werden 250 könnte die so machen ich mache jetzt aber ich will eine wohl ich mir vielleicht noch mal gucken jedenfalls um kommen wir jetzt vielleicht eher zu den negativen Sachen von den ganzen Spaß hier und kommen wir in dem Sinne eben zu etwas bringen eben diese Riesenstelle sie bringen eben Zuchttiere das kann jetzt gut oder das kann es natürlich schlecht sein ist auch jeden das eine wie er das eben findet der Typ A sagt vielleicht eben ja Zucht Tiere die Zuchttiere oder generell Zuchttiere bekommen wir mehr Zuchttiere gut ich bin nicht so richtig der Zucht Fällen wir haben das uninteressant möglicherweise aber vielleicht ja Züchte und wenn ich immer mit den Grundtieren züchten viele anderen auch haben hat dann ist das schön sonst eben das sind die Werte Tüchte Zuchttiere auch ein bisschen bis dato nicht extrem aber ein bisschen vielleicht man schaut sie hier vorher vielleicht 11 12.000 bei mir gekostet hat jetzt nur 8000 ist dem entspricht natürlich auch bisschen weniger oder gefleckte Ziel der Wert diese ganzen hier der sinkt natürlich kontinuierlich das ist auch natürlich klar von daher kann man auch sehen ist es jetzt gut doch der das gibt oder ist das schlecht muss auch jeder für sich wissen meiner Meinung nach so lange zitter keine Angora zieht oder dann noch weiter geht hier noch was höheres bringt wäre meiner Meinung nach dann wirklich schlecht aber so bis jetzt die schwarze Züge gefleckte Ziel damit kann ich vollkommen Leben habe ich nichts dagegen ich finde es keine Entwertung und so das ist nicht wirklich krass wir sind auch nicht so hoch ja denke mal das wird dann auch in Zukunft so sein bei den Stellen dass sie dann möglich ich weiß ein nächstes Mal ist eine Riesen keine Ahnung und ich bin in der Stadt habe ich weiß es nicht aber irgendwelche anderen Riesenstelle wenn man da schon anfängt wird man nicht mal auch weiter machen da meine Meinung nach ist es ist schwer ja negativ Aspekte auf der 10 vielleicht ein bisschen die Entwertung kann man sagen vielleicht eben jetzt kommen vielleicht noch dazu eben wenn man kann natürlich auch Pech haben und jede Fledemaushöhle reinschmeißen da bekommt man Orangen Pferdestall aus das ist natürlich blöd das wäre es natürlich auch negativ Aspekt zu ein gewisses Risiko zu den gewissen Grad ist natürlich immer vorhanden aber wenn ihr 4 5 Affen und ein Vautier reinhauen gut dann ist kein großes Risiko dabei und ich habe auch gemerkt seit was meine Ausbeutzer ich habe viele kleine Frachten A gehabt und da ist nicht so also man merkt schon den Unterschied bei mir ist es vorgekommen bei den Ries bei den Untersetzungen was auch bei den kleinsten kamen tolle Sachen raus bei Kleinfacht nahe war nicht unbedingt so die tolle Ausbeute also merkt man schon bei den höheren Ebenen besseren da ist deutlich besser ist rausgekommen aber auch eine Kleinfacht nahe kann man viele tolle Sachen bekommen ich habe beispielsweise hier obwohl hier steht Riesenziegenstahl 2 Orange selten habe ich ihn bekommen und ich glaube da habe ich so kommen aber ich meine Rentier Classic Plus Plus da auch bekommen also für wenig Aufwand kann man hier auch richtig viel bekommen da werden wieder an der Stelle der Rentier Stadt Classic Plus Plus wird entwertet die es sind gerade trifft das natürlich dann alles wieder zusammen von daher muss jeder für sich selbst wissen ob er das gut oder ob das schlecht findet ob er sich denn daran beteiligen will ja oder nein ich kann schlussendlich eigentlich nur sagen jedes ganze Gelaber Asfazit ich persönlich bin doch ein Sympathisant Schwerenswort und finde den Interstall ist er eigentlich schon recht gut kann ich sagen ich habe nichts dagegen weil ganz einfach ich habe auch viele Stelle die brauche ich nicht unbedingt ja und wenn ich jetzt ja auch beispielsweise Sittan Riesen was nicht Rente Stahl Riesen Rente Stahl Quatsch Rente Stahl kräftig Plus Plus rausbekommen kann oder eben ich finde es eigentlich auch keine schlechte diese Riesenstelle wie ich auch nicht schlecht und das für wenig Aufwand und bin so nicht unbedingt der Stahl Fähne ich habe nichts dagegen Inter Stahl Meister ich muss ehrlich sagen ich das jetzt Dinge die finde ich auch krass aus ist ein Superdünger was Superdünger bringt was ist Superdünger bringt Toplinger finde ich eigentlich ich schon das fand ich der Wahnsinn und das ist eben schwer zu tropfen damit stellen man hat das beste rausgeholt ich finde es recht gut wie findet ihr denn den Interstall Meister Express schreibt es doch mal in die Kommentare würde mich interessieren danke fürs Zuko kennen viel Spaß noch ich holen jetzt auch noch ein paar 315 dort gibt es ja gar nicht raus Schande aber ich habe noch eine glaube ich im Inventar den Stiligen auf und gespannt was rauskommt euch noch die Glück können natürlich müsste nicht die zum Glück und natürlich auch nicht gemacht habe einfach mal ansparen und dann ich mehrere abendet mir könnte es auch das hat nicht gezwungen jetzt hier während der Zeit die sind aufzustellen abzuernd ich habe beispielsweise auch noch nebenbei dazugesagt sie auslädt sie könnte sie holen und aufstellen quasi wenn wann ihr wollt könnt ihr auch in drei Monaten mal aufstellen bleibt alles euch überlassen ich habe auch noch ein Sprüß die Gruppe B von InterSitzungen noch dazu gesagt sehr schön ciao bis zum nächsten Mal